Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Heute habe ich mal etwas komplett anderes für euch, nämlich ich habe vor exakt einer Minute eine E-Mail bekommen und diese E-Mail fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Diese E-Mail kam nämlich von Cora und es gibt jetzt einen komplett neuen Weg, auf Cora Geld zu verdienen. Ich habe das Ganze schon mal überflogen, ich möchte euch mit hinter die Monetarisierung nehmen, möchte euch zeigen, Schritt für Schritt, wie man sich hier anmeldet, wie wir das gemeinsam zusammen machen. Bitte entschuldigt, wenn ich irgendwo noch kleine Wissenslücken habe, bloß ich dachte mir, diese Möglichkeit ist so neu, sie ist offen für jede Person und ich muss sie euch einfach vorstellen, das heißt, ich muss mal schnell hier ein Video zu abdrehen. Also, wenn ihr monetarisiert werden möchtet, wie man genau monetarisiert wird, beziehungsweise was monetarisiert wird, das erzähle ich euch gleich, aber geht dazu zuallererst mal auf cora.com slash monetization. Es gibt nämlich mehrere Dinge, die man jetzt monetarisieren kann, nämlich einmal die Antworten auf Cora und gleichzeitig auch kann man Subscriptions anbieten und auch die Salons auf Cora werden monetarisiert. Für die Leute, die jetzt völlig, sag ich jetzt mal, sich fragen, was ist denn eigentlich Cora, wie genau funktioniert das Ganze und was sind Salons, was sind Antworten und so weiter und so fort. Ein kurzer Überblick einmal, nämlich auf Cora hat man halt die Möglichkeit, auf Fragen zu antworten. Zum Beispiel hier gibt es die Frage, can you share some screenshots that worth und so weiter und so fort. Upvotes, okay. Und dann könnte ich jetzt also darauf klicken, könnte anschließend dann auf diese Frage hier antworten und könnte dann halt mit dieser Antwort Reichweite aufbauen. Bisher konnte man nur Reichweite aufbauen. Jetzt, soweit ich das sehe, kann man auch Antworten monetarisieren. Das heißt, man kann mit Antworten Geld verdienen. Es gibt auch auf Cora die sogenannten Salons. Dazu geht man einfach hier oben drauf, beziehungsweise, genau, hier wird es noch Spaces genannt, aber im deutschsprachigen Bereich sollte es eigentlich Salons genannt werden. Deswegen gehen wir mal kurz auf den deutschsprachigen Bereich drauf. Und genau, da oben wird es jetzt also hier Salons genannt. Und ich habe zum Beispiel drei Salons erstellt. Das sind einfach nur so Beispielsalons, nämlich einmal Entdecke Berlin und dann Lehren und Lehren, Schule und Studium und auch den Salon Selbstvertrauen. Und was genau sind das also nun für, oder was genau ist das? Wir können ja mal auf einen von diesen Salons draufgehen, zum Beispiel Entdecke Berlin. Das hatte ich mal für den Udemy-Kurs gemacht. Und in diesem Salon kann ich also nun Leute, sag ich jetzt mal, versammeln, die sich für eine Sache interessieren. Und in diesem Salon kann man dann zum Beispiel Beiträge posten, man kann Fragen teilen, man kann zum Beispiel mit Leuten chatten und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beitrag hier poste, der anscheinend sehr populär ist und für den sich Leute interessieren, dann kann ich damit Geld verdienen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal kurz hier auf der Monetization-Seite an. Nämlich hier steht, get paid for the perspective you bring, enable revenue, sharing or accept paid subscriptions to your content in minutes. Also an sich, sie sagen halt, your perspective is valuable, also deine Perspektive ist etwas wert. Take it at your own pace. Das heißt, mach es praktisch so, wie du es gerne haben möchtest, wie auch vor allen Dingen du es gerne monetarisieren möchtest. Du kannst zum Beispiel, also zum Beispiel nur sehr wenige Artikel monetarisieren oder wenn du sehr off-postest, kannst du halt alles monetarisieren und man kann sich, wie gesagt, eine Following aufbauen und dann mit dieser Following auch Geld verdienen. An sich, was genau kann man also nun machen? Man kann einmal dieses Quora Revenue Sharing anschalten. Es gibt aber auch die Option Space Subscriptions. Nämlich Leute können zum Beispiel sich jetzt so ein Space hier nehmen und können sagen, okay, ich möchte das Leute dafür bezahlen, Teil von diesem Space zu sein. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, okay, wenn du in diesen Space hier reinkommen möchtest, dann zahle dafür 1 Euro pro Monat. Das heißt, stell es euch einfach so vor, wie zum Beispiel eine Facebook-Gruppe und für die Facebook-Gruppe kann man aber nur ein Geld verlangen. Sagen wir mal 1 Euro pro Monat oder 9,99 oder 19,99 oder wie viel auch immer. Und dann die andere Option, die ich persönlich sehr interessant finde, ist diese hier, nämlich Quora plus Revenue Sharing. Earn with subscribers on Quora plus, read or engage with your content. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Leute Teil von Quora plus sind, was entscheidend so eine Paywall von Quora jetzt sein wird und Leute zahlen praktisch für Quora plus, so verstehe ich das zumindestens hier. Ich könnte, wie gesagt, falsch liegen, aber soweit ich das verstehe, gibt es dann jetzt einen Premium-Plan bei Quora bald und wenn dann zum Beispiel Leute, sag jetzt mal, bei Quora plus sind und zum Beispiel deine Antworten lesen, dann kriegst du halt dafür Geld. Und das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Wer genau kann seinen Content monetarisieren? Also grundsätzlich jeder kann seinen Content monetarisieren, wenn man so ein Space hat. Also zum Beispiel halt im Deutschen wird das genannt Salon, im Englischen wie gesagt Space. Und dann, What types of content are allowed for monetization? Welche Art von Content darf man nutzen? Hier steht, Most unsistened posts are eligible for monetization. Exceptions include content that is marked as adult, is promoted, or whose subject matter is not permitted under... Also praktisch alles, was jetzt nicht irgendwie, ja, adult content is oder dergleichen. Und dann noch darunter, What does it mean for content to be monetized? Und dann, Content that is monetized may accrue earnings for the original author or the owner of the space that the content belongs to and may only be accessible to readers who have access as a Quora plus subscriber or a space subscriber, non-subscribers may see a paywall when they encounter monetized content. Also ich stelle mir das Ganze so vor wie auf Medium. Für die Leute, die vielleicht nicht Medium kennen, Medium ist eine riesen Blogging-Plattform und da gibt es einmal Medium und da gibt es alles hinter der Medium Open Paywall. Und ich kann mir Quora plus als genau das vorstellen. Das heißt, man zahlt praktisch für Quora plus etwas, dass man bestimmten Content einsehen darf und man zahlt, sagen wir mal, irgendwie 10 Dollar pro Monat. Und wenn dann zum Beispiel Content sich hinter dieser Paywall befindet, wie es ja auch hier Quora beschreibt, dann werden die Autoren von diesem Content natürlich für diesen Content bezahlt. Das heißt, sie kriegen dann also Geld dafür, wenn jemand den Content sich durchliest. Und das finde ich einfach so spannend, weil wir dann mit unseren Antworten, mit unseren Posts, mit unseren Salons Geld verdienen können. Vor allen Dingen halt mit unseren Antworten, wenn Leute die lesen. Und dann, how do payouts work? Dann payouts follow a monthly cycle. If you accumulated earnings, balance is $10 or more. At the end of the cycle, the full balance will be paid out to your Stripe account. If it is less than $10, the balance will roll over and continue accumulating until the next month. Payout cycle, that is that it reaches $10. Also praktisch, okay, wenn man 10 Dollar verdient hat, dann wird es ausgezahlt via Stripe. Wenn man noch nicht 10 Dollar verdient hat, dann wird es einfach sobald ausgezahlt, sobald man halt diese 10 Dollar erreicht hat. Man kann hier nochmal auf den FAQ drauf gehen, kann zum nächsten Schritt über gehen und nochmal sich die ganzen Informationen hier durchlesen. Aber wie gesagt, Auszahlung erfolgt via Stripe. Einfach nur auf Stripe immer drauf gehen, Konto anlegen, dann hat sich das Ganze. So zum Beispiel ist das bei mir. Und hier haben wir nämlich auch die Antwort auf die Frage, how much do people pay for the Quora Plus Membership? Und anscheinend sind das 5 Dollar derzeit pro Monat und 50 Dollar pro Jahr, wenn die Leute halt bei Quora Plus teilnehmen wollen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher, ob es überhaupt schon wirklich Quora Plus gibt. Müsste ich mal auf jeden Fall nachschauen. Aber genau. Und dann how are earnings calculated? Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Nämlich earnings are proportionate to how many paying Quora Plus members read or interact with your paywall content. Additionally, you'll earn a referral bonus for every paying subscriber who signs up to Quora Plus by clicking through from one of your paywall answers. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person meine Antwort liest und von dieser Antwort auf anscheinend den Quora-Plan kommt und dort kauft, kriege ich dafür einen Referral, also kriege ich dafür ein bisschen Geld und natürlich jede Person, die diesen Quora Plus Account hat und anschließend dann meine Antworten liest, da kriege ich auch dann pro gelesene Antwort anscheinend Geld. Ich denke, das wird ganz genauso sein wie bei Medium. Nämlich, dass zum Beispiel Leute Betrag X an Quora zahlen. Quora sagt dann, okay, ein Teil davon wird ausgezahlt an die Autoren und wenn jetzt zum Beispiel eine Person, sagen wir mal, nur als Beispiel, drei Dollar werden von den fünf Dollar ausbezahlt und eine Person liest nur eine Antwort pro Monat, dann würde ich halt die ganzen drei Dollar bekommen. Wenn die Person aber, sagen wir mal, 100 Antworten liest, dann würde ich gerade mal drei Cent bekommen. Also das ist praktisch proportional dazu ist, wie viele Leute tatsächlich oder wie viele Antworten die Person tatsächlich gelesen hat. Und jetzt ist natürlich der Moment gekommen, wo wir uns mal anmelden. Ich habe mich noch nicht angemeldet. Ich habe, wie gesagt, die E-Mail vor einer Minute bekommen. Deswegen gehen wir einfach mal kurz hier auf Get Started drauf. Wir müssen zuallererst unser Land auswählen, Germany, klicken auf Submit. Jetzt können wir eins von unseren Spaces nehmen. In meinem Fall, das sind meine englischen Spaces. Nehmen wir mal als Beispiel vielleicht German Language Blog. Dann würde ich jetzt hier draufklicken. Anschließend dann haben wir jetzt hier die Space Monetization Programs. In the next step, you will choose which programs you want to enable for your space. Nämlich einmal Space Subscription, Core Revenue Sharing und Add Revenue Sharing. In meinem Fall, genau, würde ich auf jeden Fall auf Next gehen und könnte anschließend dann meine Space Subscription anstellen. Nämlich hier steht Space Subscription, offer a paid subscription directly to the followers of your space. Das heißt, einfach nur sowas wie bei Patreon, sage ich jetzt mal. Wir können einen Monthly Price und einen Yearly Price setzen. Dann auch, welcher Content hinter der Paywall sein soll. und dann auch noch mal die Subscriber Fees. Das heißt, wie viel Geld ich zum Beispiel haben möchte. Hier nochmal die ganzen Informationen, welchen Content ich monetarisieren darf. How does paywalling work? For each edible piece of content, you will have the option to monetize it with a strict paywall or an adaptive paywall. Okay. Both options will accrue earnings for your Okay, sehr interessant. Schauen wir uns vielleicht nochmal kurz diese adaptive paywall an. Was genau ist das? Hier steht, adaptive paywalling is ideal for space owners who would like to balance earning on exclusive monetized content while continuing to grow their audience among potential subscribers while a conventional paywall blocks access to monetized content in every situation an adaptive paywall uses an algorithm to determine whether to grant or block. Okay, sehr interessant. Es geht also praktisch darum, dass eine adaptive paywall und das ist mir auch ganz neu, dass eine adaptive paywall manchmal anscheinend Content umsonst rausgibt und manchmal Content halt hinter eine paywall stellt während eine ganz normale conventional paywall so wie sie es hier schreiben einfach den gesamten Content sag ich jetzt mal hinter eine paywall packt oder hier nennen sie es auch strict paywall eben gerade nannten sie es glaube ich genau conventional paywall also in diesem Falle strict paywall bedeutet alles hinter einer paywall und adaptive paywall bedeutet dass manchmal bestimmte Posts hinter einer paywall sind manchmal aber auch nicht und dass ein Algorithmus halt sagt okay, der Post ist hinter einer paywall oder halt auch nicht genau und dann gehen wir hier noch ein bisschen runter dann how are earnings calculated das haben wir eben gerade schon gesehen hier aber nochmal ganz interessant noch ein paar weitere Infos nämlich Also 95% erhält man von den Subscription Revenue das ist ja mal fair also holler die Waldfee gut 95% dementsprechend natürlich noch 2,9% plus 30 Cent müssen wir abziehen wenn wir also jetzt zum Beispiel eine Subscription haben die sagen wir mal 10 Dollar kostet würden wir insgesamt erstmal 95% natürlich davon bekommen also 9,50$ dann minus 2,9% wären wir bei praktisch 91 Dollar genau 92 Dollar und 10 Cent minus 30 Cent das heißt wir wären bei 91 Dollar und 80 Cent die wir schlussendlich als Gewinn auf 100 Dollar tatsächlich haben würden dementsprechend bleiben insgesamt 91,8% als Revenue übrig und das ist natürlich eine schöne Sache so in meinem Falle müsste ich jetzt hier unten auf Enable Now klicken ich kann natürlich aber auch hier auf Skip This Program klicken natürlich müssen wir jetzt hier nochmal die Earnings Terms of Service durchlesen und das ist auch immer so eine Sache die ich auf jeden Fall nochmal mir anschauen würde nach was ich vor allen Dingen mal gucke ist dieser Teil hier nämlich Ads, Revenue, Share und alles was mit dem Thema VAT und Taxes zu tun hat deswegen gehen wir einfach mal kurz hier auf Suchen geben wir mal kurz den Begriff Tax ein und da werden wir sehen dass es insgesamt 10 Übereinstimmungen gibt und wir gehen einfach mal diesen Teil hier durch nämlich hier steht Net Ad Revenue wir kriegen anscheinend einen Teil des Net Ad Revenue und das bedeutet Less Any Charges Chargebacks, Refunds, Credit Cards und so weiter sofort and less applicable taxes to be paid to local das heißt soweit ich das jetzt sehe ich bin natürlich kein Jurist ich bin kein Steuerberater aber soweit ich das sehe kriegt ihr hier einen Netto-Betrag ausbezahlt natürlich müsst ihr darauf noch Einkommenssteuer und dergleichen in Deutschland zahlen aber zumindest alle Umsatzsteuern so wie ich das hier verstehe werden von Cora abgeführt das ist schon mal eine wirklich gute Sache hätte ich um die Zeit nicht gedacht weil sie das hier schreiben der Net der Net Revenue Share bedeutet all das Revenue minus jegliche Steuern und vom Net das Net Ad Revenue das kriegst du ausbezahlt hört sich also sehr gut an gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter runter schauen uns das Ganze noch mal im Detail hier unten an nämlich Cora Plus Revenue Share das ist also nun das wo man einen Teil von diesen 5 Dollar bekommt und hier steht auch noch mal means the total revenue actually received by Cora from the end users less any applicable taxes das heißt so wie ich das sehe hier führt auch Cora für uns jegliche Umsatzsteuern ab hört sich also sehr sehr gut an und auch hier wieder und das ist der letzte oder einer der letzten Punkte nämlich hier steht auch wieder Cora Space Subscriptions is a program where Cora will pay you the Net Space Subscription Revenue if you participate und dann wieder less any applicable taxes das heißt die führen auch wieder soweit ich das sehe alle Umsatzsteuern ab und auch hier you are solely responsible for reporting and paying any applicable taxes in connection with any revenue you may earn from your participation in the earnings program okay alles gut und dann gehen wir noch mal eins nach unten nämlich Identification okay wir halten also wenn Cora einen Fehler machen sollte dann halten wir sie in accordance mit diesem von jeglichen Problemen halten wir sie fern aber gut das machen die meisten Plattformen um sich abzusichern hört sich also alles richtig richtig gut an und jetzt in meinem Fall da könnte ich also hier auf Enable Now klicken ich weiß jetzt nicht genau ob es so smart ist auf Skip This Program zu klicken weil ich einfach nicht unbedingt jetzt mein Space monetarisieren möchte aber machen wir es einfach mal Skip This Program dann haben wir jetzt hier Cora Revenue Sharing nämlich Earn Money from Views on Content you reserve for Cora Plus Subscribers who pay 5$ per month or 50$ per year for access to content from participating Spaces and Creators okay hört sich gut an und was genau steht jetzt hier okay das haben wir alles auch schon gemacht das heißt hier würden wir jetzt auch wieder Geld bekommen das heißt wenn jetzt Leute zum Beispiel die Antworten sehen oder dergleichen oder den Content sehen würden wir dafür Geld bekommen in meinem Falle klicke ich auch mal hier auf Skip This Program und dann haben wir hier Ad Revenue Sharing receive a portion of revenue generated by ads shown in your space das heißt auch nochmal eine dritte Option wie wir Geld verdienen können die wir vorhin gar nicht hatten nämlich wenn zum Beispiel Werbung in den Spaces angezeigt wird kriegen wir auch dafür Geld wenn Leute bei diesem Space teilnehmen und in diesem Space sich drin befinden was natürlich eine sehr sehr schöne Sache ist weil wenn wir Content erstellen und Leute diesen Content konsumieren und in dem Space drin sind dann kriegen wir für jede Person Geld die im Space ist und diesen Content konsumiert weil die Person noch gleichzeitig Werbung sieht und das wäre hier nochmal eine weitere Monetarisierungsmöglichkeit sehr sehr schön und dann müssten wir eigentlich nur wenn wir mit dem Prozess durch sind schon direkt sehen können sag ich jetzt mal dass unser Content monetarisiert wurde und wir sollten dann alsbald auch die ersten Einnahmen einnehmen können Auszahlung wie gesagt funktioniert via Stripe Auszahlung scheint alles sehr sehr gut zu sein auch die Steuersituation scheint super zu sein also eine wirklich wirklich tolle Einnahmequelle und ich bin mir diesmal sicher dass ich vielleicht die Erste bin der dazu ein Video gemacht hat deswegen schaut es euch auf jeden Fall mal an geht auf cora.com slash monetization das ist wirklich eine richtig spannende Sache gut das war es nun heute hier für dieses Video ich danke euch und ich hoffe dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können und ich hoffe